Diese Damenjeans des Fashion Labels Chipper & Bucks zeichnen sich besonders durch die dicken weißen Ziernähte aus, die ihre Figur durch den farblichen Kontrast zu einheitlich schwarzen Grundfarbe besonders vorteilhaft betont. Zahlreiche Details, wie der weiße Rand an Front- und Gesäßtaschen, die kleinen weißen Nieten und extra breite verzierte Gürtelschlaufen machen diese stylische Jeans zu einem echten Hingucker. Ebenso sorgfältig wurden die Gesäßtaschen mit weißen Ziernähten, weißen Nieten und einem breiten weißen Rand versehen, welche das Gesäß besonders in Szene setzen und perfekt betonen. Das Bein ist gerade geschnitten, die Hüfte niedrig gehalten und der Stoff sehr weich und durch seinen leichten Stretchanteil dehnbar, so dass er sich jeder Bewegung perfekt anpasst und höchsten Tragekomfort bietet.